Die A18 First Edition hat folgende Besonderheiten. Die historische Tanklinierung, ein umfangreiches Chrompaket, die Plaketten auf den Seitendeckeln und exklusiv auf der Sitzbank. Was man sieht, ist das mechanische Teil. Und es ist die stagierte Mechanik. Mechanik ist das Luxury des Zukunfts. Es ist das dominatende Motorrad, es sind die Details, die Formen, die Refinement. Und das ist sehr faszinierend für mich. Alle sind unterschiedlich. Alle haben ihre eigene Ziele. Und so, die Leute lieben, ihre eigene Ziele auf dem Motorrad. Deshalb ist es so wichtig, dass es die Parten zu haben, um die Arbeit zu machen. Die Motorrad-Bike ist ein wichtiges Motorrad. Und wir haben auch eine Klasse für uns. Wir haben es sehr stolz. Und wir haben es sehr stolz. Und wir haben es sehr stolz. Und wir haben es sehr stolz. Wir haben es sehr stolz. Wir haben einen Boksenz-Einz-Einz-Einz-Einz-Einzir. Untertitelung des ZDF, 2020